Hallo und Herzlich Willkommen zu Let's Play Minecraft Hallo, Hallo Okay, es ist gerade mitten in der Nacht und ja Ne Doch, doch Nein, das sind die nicht schlafen Nein, das sind die nicht schlafen und es gab keine Fehlermeldung ist die sofort sehen kommt zu uns Gut, dass ich nicht weiter aufgenommen habe Rechtzeitig den Fehler erkannt Döhm, Döhm 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 Oh Du Döhm Wollen schlafen gehen Döhm Döhm das sieht gut aus Prozent was sind sie reingemacht die Betten sind jetzt komplett weg gilt die habe ich in den Winter also kann einmal hier mit einem Raum hinstellen und dann können Lagermann ich hier die Diamanten der gefunden hat hohoho hohoho Schießt und da Prozent eine Zeit um haben wir noch Kohle auch hier ob wieder mal 31 Eisen gefunden geht ihr jetzt mal ins Bett oder ich will ich ja schon im Bett per Spiel ja ja noch nicht er wird schon ja ich hab noch müssen wollen wenn du eins haben willst GPR KM Münster ich wollte dir mal schnell eins GPR ja ja hier hier und außerdem finde ich Moment man kann das hier so hinstellen dann das Ante gehört daneben so ich geh mal wieder in mein Zimmer okay wenn du nach oben gehst dann kann ich ja mein Bett weg von Pendix leben ich will alleine schlafen ich stehe nicht so hoch im Doppelbett mit dir ah ok hey genau warum machen wir jetzt nicht ein Doppelbett Prozent weil es ein wenig schwul aussehen Euro ist gar nicht in das Witzig ich meine es und wenn man einfach nur drauf platzieren oder wie ich habe das noch nicht so gemacht acht daneben daneben naja ok überfordert dich das ein wenig Bett so ey mein Bett oh man klappt mir alle die Betten so lol Pendix geht gerade im Liegen nach oben in der Kirche ein paar die Loll kommen Pendix hat mich gefehlt äh 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 gepiept ähm ja gepiept na und jetzt ist es auch schon Tag naja magie 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 Kekse schmecken gut Kekse schmecken gut doch was ist eigentlich mit dieser Kaktusfarm ja ihr könnt das aufsammeln er ist kein Problem keine Sache nützüge dass wir das immer machen ja wir springen ja genau zwischen Kakteen ja genau hat jemand von euch noch paar Knochenmehldinger oder so ich hab noch normale Knochen könnte mir geben oder sie ja wo bist du ja ich bin oben hier bei den Bäumen ganz über dir über die schon mal nach oben uah oh mein Gott der ist Gott ich werfe dir Dreck zu uah Auerst wird weh hahaha lol Auer wo bist haha du hast gerade eben schon gefragt wo ich bin aber egal ich gehe mal nicht weiter drauf ein ja Kaktin Ui oh mein Gott es regnend Kaktin yeah ein Traumgott war ich will wirf dich mit Knochen und er solltest du nicht auf oh Entschuldigung he 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 sind die unten jetzt die aaa Junge ah jetzt hab ich sie auch gesammelt oder du ach so du äh 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 verwirrt wir sollten mal ein paar Bölfe suchen äh ich will nach unten und du schubst nicht nach oben mehr magie mit mit magie mit magie ich meine Zeit vergessen mh du warst der ist mehr so oft du schinken heute wird erlaubt Landtopp verschwinden die ganze die Beine wir das ist und ja weil er weil das Holz fehlt das ist immer wiederholzene hinlegen damit diese Blätter nicht verschwinden da wenn er macht nicht die ganzen Blätter weg okay das sollen ja die Wende es soll der Raum hier muss auch mal ja grüß das sein genau ja du musst dabei ist nicht alles weg machen es ist sonst genau genau die London ich gehe jetzt bis zum Holzfragen warum weil ich jetzt haben wir jetzt so ein Schaf wo ein Mann ein Hühner ein ach so Alter wird das Prozent das das steht immer noch nicht das sind für ein Kuppelbaum sei kein Stamm und hängt so mit in der Luft für die schon wieder man geht wird man die Schmerz das Leben magisch die können einen schon aufregnen ja wer kam auf die Idee ich 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 auch ja guck mal ich bin oben ich bin oben ich bin oben er ist oben aha oh mein Gott wir hatten lol geschrieben aus äh ach ich sag mal nichts mehr ich sag lieber nichts mehr Das ist eine unterschwellige Botschaft Ich bin tot, scheiße Kacke, bin tot Ich dachte, ich werde zu überleben Ich klaue deine Items Ich weiß gar nicht, wo ich gestorben bin Auf dem Baum Nein, bin von ganz oben runtergesprungen Ah, danke, dass du uns sagst Oh Gott, jetzt komm ich nicht raus Ich bin gerade dabei, Bäume zu töten Ich bin gerade dabei, dich zu töten Okay Fuck, man hat die Mannschaft mit Sack, ist weg Das ist natürlich schlecht Bendix, Schenkstum, mehr Diamanten Du hast ja noch vier Stück in deiner Truhe Ja Ich habe die in die Gemeinschaftsdruck gepackt Ja, dann Claudi wieder aus der Gemeinschaftsdruck Nö Fühle nicht Ah, okay Die Bäume wollen einfach nicht sterben Oh doch, die lösen sich jetzt langsam auf Aber da oben ist immer noch ein bisschen Holz Nervig Ach, ja Ich mag den neuen Eingang nicht Nach unten Warum? Weil es also schwer ist, wieder nach oben zu kommen Du bist kacke Du auch Danke Ich nicht Bitte Du bist der Schlimmste Ja, das ist wiederum wahr Wie macht man eine Pilzsuppe? Äh, diese eine Pilzsorte, die du überall oberirdisch findest und diese aus der Höhle Die tust du übereinander und du unter eine Bowl Was für ein Dreck Ja Mh, Dreck Mh, Dreck Ähm, Mann, wann gibt es den Patch, Mann? Welchen Patch? Ja, äh, für die Hölle Multiplayer-Hölle Was soll, ach so Äh, keine Ahnung, ich denke, dafür braucht man zwei Server Immer noch Eigentlich schon Wer macht denn zwei Server? Ja, ich brauch das Geld, ne? Dafür brauch ich nämlich 11 Euro, damit ich das 90 Tage laufen kann und, ja 11 Euro Ja Für vier Slots 90 Tage Nitrate, oder? Ja Bist du eine Abzocker? Glaub mir, ich hab mich umgeguckt und das ist doch nicht irgendwo viel, äh, billiger Ah, ich kann, ah, okay Lol Du kannst mir ja ein bisschen Geld geben, ne? Dann ist das kein Problem, ne? Ja, ich werde dir die Überreste meiner nächsten Pace-Off-Card geben Ah, finde ich gut Und ich werde keine kaufen, ha, ha, ha Das ist wiederum nicht gut So, äh, guck mal, ich bin ein Monster Und, stirbst du schon? Ja Oh, okay Gar nicht gut, okay Du meinst nicht gut für dich? Nein Schaufel, Schaufel, Schaufel Er hat nur ... Nr, ich habe noch eine Eisenschaufel, ne? Ich habe zwei Steinsschaufel, ne? Ich habe zwei Steinsschaufel Ich habe zwei Steinsschaufel Einschaufel er hat abgemacht okay die Stelle der Einschaufel ist gerade auch schon ziemlich abgenutzt aber okay das stand ganz klein geschrieben ja ja Benix kann gut Geschäfte machen ja da da dort dort hier hier da noch zwei da zwei hier zwei dort zwei Oh ich hab kein Holz mehr jetzt hab ich wieder Holz ich hab noch genug Holz aber ich geb's dir nicht ich hab auch noch Holz und hier mussten schon wieder Bäume sterben die haben's nicht anders verdient was ist schon wieder tot gegangen oh man er hat sich wahrscheinlich nur drüber gewundert dass ich so asozial gegenüber den Bäumen bin aber nicht nur das darüber wundere ich mich schon gar nicht mehr ja gut zu wissen stelle dann äh lalala keine Schleichwerbung Kennt ihr Terrania? Terrania? natürlich kenn ich das was ist das? Minecraft in 2D lol 3 das habe ich mir ganz legal erworben über Steam jaja die Zeige nicht nur über Steam oder? geht auch nur über Steam maja wenn man's quackt hust hust ähm ähm ja Glas 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 ich bauche Glas ich ja auch Hocher er wusstet ja schon das in Minecraft wie amnesia ist Amnesia, oder? Ja, hab heute Minecraft gezockt, Singleplayer, man. Das war schlimmer als Amnesia. Da gibt's doch mehr als so mies, ne? Du kannst es nicht wissen. Das weiß niemand von euch. Oh doch, ich hab's ja gezockt. Ähm, echt? Ich wär' naysia schon durchgezockt? Nein, doch nicht. Hab's deinstalliert. Nach wie vielen Minuten hast du's deinstalliert? Null, nein. Ne, circa nach drei Stunden oder so, keine Ahnung. Ah, das ist schon mal weit. Kannst du mir ein bisschen was spoilern? Äh, nein. Oh, schade. Er wollte es so schnell wie möglich wieder vergessen. Ja. Ne, ich will dich wieder sterben sehen. Ach so, okay. Das ist selbstverständlich. Oh Gott, bin ich ein Arschloch. Dennis will jeden sterben sehen. Wer will das nicht? Hey, da liegen ja ein paar Sand-Items rum. Wie kommt denn das? Ist das gut oder schlecht? Ganze zwei Stück? Oh mein Gott. Ich hab zwar ein bisschen mehr erwartet, aber das übertrifft all meine Erwartungen. Ja, Bendix. Ja, ähm, ich war etwas schneller als du. Ich hab mich mal nützlich gefühlt. Hä? Geil. Ich fühl mich ein bisschen, ähm, naja, wie soll man schon sagen? Ausgeschlossen. Dumm. Beides. Ah. Das ist natürlich verständlich. Ja. Das müsste ich fürs Glas reichen. So, das erste Baumhauszimmer ist fertig. Cool. Juhu, es lebt einer von uns im Baum. Ich bin schon sowieso gerade ins Haus, äh, haus, äh, zurückge- äh, zurückgekommen und daher, äh, ja. Oh. Genau. Oh, sieht schön aus. Man könnte das noch halt mit ein bisschen rohem Holz auskleiden und so. Äh, mal ne Frage. Was ist, wenn ich mal, ähm, wenn ich den Server über meinem Laptop laufen lasse? Und dann hätten wir ja zwei Server, theoretisch. Aber das Problem ist nur, meistens hat man nicht genug, äh, Internetleistung, weil das kackt dann oft ganz ab. Ich meine, der Server, äh, also der PC, auf dem dieser Server läuft, soll 16 Gigabyte RAM haben. Ja, und jetzt? Ja, das, äh, das zeigt, dass man eben viel braucht, ne? Damit das für sich läuft. Mein Laptop hat 100. Ah. MB, nein. Näh. Ja, wir können es ja mal versuchen. Ähm, was hast du denn für eine Internetleitung? 16.000er. Du wirst mich verarschen. Und ich lade hier jeden Tag zwei Videos mit meiner 2000K-Leitung hoch, ey. Während du ab und zu mal zockst und 16.000 fassst, die Welt ist unfair. Was denn? Ja, weißt du, ähm, ich sage eben andere Spiele, die etwas mehr Leistung brauchen, Internetleistung. Läge mich doch. Wir können es ja aber mal probieren, ernsthaft. Also bei 16.000, da kann man sich schon überlegen. Naja, zwei Minuten für ein Gigabyte Video, ist doch cool, ne? Ich bräuchte dafür vielleicht einen ganzen Tag, aber... Ja, wenigstens hast du Internet, frage ich. Ah, juhu, ich habe Internet. Ben-Dix hat gar kein Internet. Ben-Dix ist offline, hä? Ja, ja, ja. Logisch. Ähm... Hm. Hm. Wir skypen gerade über ein Telefon, deshalb... Ja, ist klar. Wir sind nur skypen, wir dann... Wow! Ja, Telefonfors ist klar. Telefonfors ist klar. Telefonfors? Ja, ja. Aha, der Zombie kommt dann das Loll nicht vorbei. Oh doch, scheiße. Ich bin verwirrt, ja. Okay. Dennis nimmt alles mit seinem Handy auf. Hihi! Hihi! Tschüss! Äh, wie wärst du mal mit Schlaf? Halt jemand eine Axt, Axt, Axt. Ja, komm mal hier, pscht. Komm, komm. Kommst du eine Axt ins Gesicht. Komm. Finde ich gut. Wo bist du? Unten. Ah, und? Hallo! Ihr macht mir Angst. Hihi! Ach du Scheiße, sind da viele Kühe und Schafe, die muss ich alle töten. Ne, die können mir aber... Tja, zu spät. Aus dem Weg Bändix, ich hab was zu tun. Hey, cool, die gehen in die Falle rein. 7 tp, Jan. So, aber, meine Kühe. Pst. Pst. Meins. Da hinten ist noch ein Schaf. Und, oh. Verdammt, warum ist PvP aus? Ja. Nein, mein Schaf. Nein, mein Schaf. Äh, 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 äh. Äh, 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 äh. Ding, da. Oh, nicht nur. Und hier ist eine Spinne. Ja, viel Spaß. Tod. Hier sind noch zwei Enten und ein Schwein. Und ein Skelett. Sehr schön. Und mein Schwein. Lass mal sehen, was mein Glas so macht. Ah, das sieht so auch schon sehr schön aus. Ah, Hilfe. Tja. Hättest du mir nicht meine Kühe klauen sollen. Halt die Schnauze. He. 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 Okay, wir sollten aufhören. Oh, das ist glatt. Im Wasser. Cool. Sexy.